So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich, hallo, einmal hier rumhängen, wir müssen an den IO-Wachen Schaden machen. Ich habe gerade schon aus Versehen Schaden an einer Wache gemacht, deshalb einfach hingehen, zack, 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 zack. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob die genauso okay sind wie vorher, aber ihr seht, ganz easy. Also sie sind auf jeden Fall mal nicht mehr so treffsicher wie vorher. Ihr seht schon, Auftrag abgeschlossen, ganz easy, zweiter Saisonauftrag. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns schon bei der nächsten Aufgabe, wenn ich euch gerne weiter, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Natürlich gerne ein Like dalassen, gerne ein Abo dalassen und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich probiere noch weiter, mich durch die Season durchzukämpfen. Es ist alles ein bisschen anders als vorher und in dem Sinne, wie gesagt, out herein.